Leute beschweren sich darüber, dass das zu sehen ist und dies zu sehen ist, Kinder zu sehen sind. Und jetzt werdet ihr mir alle recht geben. Wer ist das Problem, Leute? Wir Menschen, die Spaß haben und Liebe geben und versuchen uns gegenseitig glücklich zu machen, oder die kranken Schweine zu Hause. Man sollte die bekämpfen. Also bevor Leute Videos machen über die und die und die, weil das und dies und das gezeigt wird, findet eine Lösung gegen diese kranken Schweine. Die Familie Jindawi erlebt momentan den wohl krassesten Shitstorm ihrer Karriere. Sehr viele Menschen sind sich nämlich seit der Geburt ihres zweiten Kindes sicher, dass Nader und Luisa wirklich alles für Geld tun. Neues Kind, neuer Content und damit immer mehr Kohle. Über die Gefahren im Netz für Kinder wollen sie nichts hören. Das Familienoberhaupt Nader ist der Meinung, dass die kollektive Sorge um seine Kinder performativ sei und alle eigentlich nur eifersüchtig auf ihn und sein Vermögen sind. Wir fassen euch zusammen, was passiert ist und wie gefährlich das Internet wirklich für Kinder ist. Willkommen zurück zum OKCHAU-Podcast. Heute sprechen wir über die Familie Jindawi und welche Kontroverse diese Familie umgibt. Es hat jetzt jeder und seine Mutter über das Thema gesprochen. Wir haben direkt, natürlich freuen wir uns, dass Unico wieder da ist, aber er hat direkt das Thema aufgegriffen. Er wusste, was wichtig ist. Die Sascha hat darüber geredet. Genau, richtig. Und dann noch andere YouTuber. Wir haben halt letzte Woche Freitag gesagt, wir sprechen darüber, recherchiert. Und dann so im Laufe der Woche, wir nehmen immer dienstags auf, das Video erscheint dann jetzt am Sonntag, war so und noch ein Video. Ah, und noch ein Video. Es werden auch noch mehr Videos rauskommen. Deswegen hoffe ich, dass euch unsere Meinung auch noch interessiert. Wobei, ihr habt ja schon draufgeklickt. Dankeschön. Abonniert uns auf Instagram und TikTok unter OKTOP-Podcast und wenn euch das Video gefällt, abonniert uns. Yes. TikTok ist gerade voll damit. Und je mehr du natürlich auf den Videos bleibst, umso mehr wird dir angespült. Aber die Leute sind richtig krass angepisst. Aber vorweg, wer sind Luisa und Nadel Jindawi? Die beiden sind so das Social-Media-Pärchen und mittlerweile die Familie online. Den Jindawis folgen auf YouTube 1,9 Millionen Menschen. Auf TikTok sind es 3,9 Millionen Menschen. Auf Instagram folgen 2,2 Millionen Menschen Nadel und 2,3 Millionen Menschen Luisa. Sie posten ziemlich alles, was in ihrem Leben passiert. Vor allem liegt der Fokus in den Bereichen Lifestyle, Beziehung und Familie. Nadel Jindawi ist 29 Jahre alt, Fußballspieler und seit dem Sommer 2022 bei Hertha BSC unter Vertrag. Luisa ist drei Jahre jünger, 24 Jahre alt und begann bereits früh Inhalte auf Social Media zu posten. Bis sie sich dann irgendwann auf ihre Ehe und ihre Kinder konzentrierte. Sie konnte, soweit ich es richtig verstanden gesehen habe, bereits früh ein Following erarbeiten. Blender findet man kaum Content vor 2019 und auf ihrem eigenen YouTube-Kanal gibt es nur ein Q&A, das sie vor fünf Jahren veröffentlicht und dabei blieb es auch. Und dann im Grunde startete sie mit dem YouTube-Channel mit ihr und Nadel. Wie gesagt, ein Jahr später folgte dann das erste Video der beiden Turteltauben und sie erzählten, wie sie sich 2013 kennenlernten. Sie war 13, er war 16. Rückblickend sagt er auch, oh, das war gar nicht geil und das geht auch eigentlich gar nicht. Die haben auch ihr erstes Date rekonstruiert und dann gab es auch so eine Unterhaltung, wo er war, Ja, aber du bist viel zu jung, du bist 13, ich bin 16. Die so, ja, aber wenn ich 20 bin, bist du 23 und dann geht das schon. Der so, ja, okay, gut. Auf. Ja, 13-Jährige halt. So, ja, keine Ahnung, 16, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ja, keine Ahnung. Gute Entscheidung, dass das da ja nicht mal weiterging, weil ich glaube, das ist nicht so geil. Genau. Luisa war mit ihrem besten Freund zum Schwimmen verabredet und sah auf dem Weg dahin in der Bahn und hat sich in ihn schockverliebt. In dem Schwimmbad sah sie dann Nader wieder, der dann quasi auf ihren besten Freund zuging und dann kam heraus, dass das sein älterer Bruder war. Und ihr erstes Date hatten sie dann auch kurz darauf später und zwei Tage später, also nach dem ersten Date, waren sie dann auch zusammen. Nach 14 Tagen trennten die sich dann aber, weil er zurück ins Internat musste und bis 2019 führten sie halt so eine On-Off-Beziehung. Und irgendwann haben die dann gesagt, okay, pass mal auf, ich will dich, du willst mich, was wollen wir jetzt eigentlich zusammen, so wie geht es jetzt weiter? Und dann haben die sich dann auch noch im selben Jahr, also im 7. November 2019, verlobt und heirateten dann auch 2020. 2020. Und im selben Jahr startete dann der YouTube-Channel. Also Schlag auf Schlag. Wow. Aber die kennen sich natürlich auch, ja, sieben Jahre zu dem Zeitpunkt der Ehe. Was mich schockierte ist einfach, sie ist 24 und er ist 27. Und ich dachte, bevor ich das alles herausfand, dass die irgendwie Anfang 30 seien, weil zwei Kinder, verheiratet und diese große Community, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Für das Alter. Auf jeden Fall. Also mich schockt das auch, dass sie so jung ist, muss ich sagen. Sie wirkt zwar jung. Eher. Aber dennoch, boah. Ja, also von der Entwicklung her, also generell, wie du gesagt hast, wie weit die fortgeschritten sind, das ist echt krass. Ja, die haben viel geschafft in sehr kurzer Zeit. Wir sind 33 und, wie alt bist du nochmal? 30? Wir sind da halt noch nicht. Nee. Nee. Also, werden wir vielleicht auch nie werden, aber ist okay. Ist okay, passt schon. Mein Eindruck der beiden, ich habe mir nämlich ein paar Videos angeguckt und so Social Media Content von damals, ich finde, die sind sympathisch, die sind lustig, ich kann verstehen, warum die Leute die mochten von Anfang an, warum die auch so Bock hatten, ihren Alltag mitzuverfolgen, weil die machen auch so witzige Compilations, sowas wie, sie redet den ganzen Tag Polnisch mit ihm, er redet den ganzen Tag Arabisch mit ihr und die haben halt einfach Spaß miteinander. Man merkt, die verstehen sich gut. Auf jeden Fall. Und die sind super hübsch und attraktiv. Und das läuft ja immer auf Social Media. Total. Dann passiert etwas. Und zwar wird im Juni 2020 Nader's kleine Schwester vorgestellt, Mila. Und das Video erreicht drei Millionen Aufrufe. Und ab da, katsching, katsching, Kinder kommen gut an. Das ist so mein Eindruck, weil sie ab da bis heute immer zu sehen ist. Am 21. Februar 2021 gibt es dann die Verkündung, auf die alle gewartet haben, Luisa ist schwanger. Und ab da wird der Kanal zu einem wirklich Full-on-Family-Channel. Es geht um die Schwangerschaften, das Geschlecht des Babys. Und auch die kleine Schwester von Nader ist, wie gesagt, immer dabei. Sie macht doch ihre eigenen Videos. Ist crazy. Am 29. Oktober 2021 um 21 Uhr kommt dann Imani auf die Welt. Und am 1. November gibt es dazu dann auch das Video. Wir sehen, wie die Wehen beginnen. Wir sehen, wie sie ins Krankenhaus fährt. Wir sehen in dem Zimmer, in dem das Kind geboren wird. Wir sehen alles. Mit einem kleinen Countdown auch. Countdown. Und jetzt ist das Baby da. Countdown. Und ab diesem Zeitpunkt sehen wir in fast jedem Video Imani. Imani hat Fieber, lernt fliegen, sieht zum ersten Mal eine Ziege, läuft, sagt Baba, kackt auf Nader, der das koppelt, Kopf krabbelt, zahnt, macht Seiten auf Null, isst Wassermelone, isst schneller als ein Ferrari, hört gar nichts, kann kein Deutsch, hat Mama gesagt und so weiter und so fort. Wahnsinn. Alles wird dokumentiert. Zwischendurch wird herzerwärmender Content produziert, auf dem man Luisa weinen sieht. Sie weint ja ständig wegen irgendwas. Mila macht ja so Spendenaktionen mit. Und auch Pärchen-Content gibt es an so Jahrestagen und Valentinstag. Im Monat werden vier bis fünf Videos veröffentlicht. Also nicht wenig. Selbst auf der OMR im Mai 2023 stand Nader mit seiner Tochter auf der Bühne und motivierte die Leute zu klatschen. So, hier ist die Kleine. Boah, die Arme. Ich meine, hast du das Video gesehen dazu? Wie war das Kind so? Es krabbelte irgendwie da rum, auf der Bühne, aber nicht zu sehen. Und er war dann so, ach Imani. Und dann ist er zu ihr hingegangen, hat sie halt genommen, das ist Imani, hallo. Dann hat er auch seine Frau rufen lassen. Und dann standen die da und haben so posiert und alle so, äh. Ja, das war irgendwie weird. Nicht der beste Ort für ein Kind, ein kleines Baby, aber okay. Okay. Im April 2023 konventiert dann auch Luisa zum Islam. Und am 2. Juli 2023 verkünden Luisa und Nader, dass sie wieder Eltern werden. Auch für Baby Nummer 2, Nidal, gibt es zahlreiche Videos. Und am 10. März 2024 verkünden Luisa und Nader auf allen Kanälen, dass das Baby jetzt endlich da ist. Ein Kommentar, der zusammenfasst, was abgeht und worum es jetzt in dieser Kontroverse geht, ist, neuer Content ist geboren. Makaber. Bevor Marzia auf die Kontroverse eingeht, müssen wir über Nader und Luisa sprechen, weil sie schon, ja, seit Jahren anecken. Nicht nur, weil sie halt Kind Nummer 1 ständig in die Kamera halten. Wobei ich das Gefühl habe, dass diese, die Form der Kritik, die ausgesprochen wird, krasser ist als davor. Damals hat man das nicht so mitbekommen. Jetzt kriegen es, glaube ich, auch Leute mit, die die beiden auch nicht so wirklich kennen. Warum die beiden anecken, ist es ihre Beziehung. Viele finden die weird. Die Vorwürfe lauten, Nader würde Luisa unterdrücken. Ihr verbieten, einen Führerschein zu machen, den sie mittlerweile hat. Ihr Druck machen, sich bedeckt anzuziehen und sich weniger zu schminken. Noch insgesamt seien die beiden super weird, weil sie irgendwie auch keine Freunde haben und mit niemandem so richtig verkehren, außer mit sich und den Kindern halt. Und sie lebt in seinem Schatten. Manche gehen sogar so weit und nennen ihn einen Narzissten, von dem sie abhängig ist. Ein Video, das als Beweis oft angeführt wird, ist, Nader reagiert auf eure Beziehungsprobleme. Und da sagt er Folgendes, Eine Frau sollte sich bedeckt halten, das habe ihm sein Vater beigebracht. Und er liebt den Stil von Luisa. Und dann hat Luisa eine spannende Aussage getroffen. Wenn man nichts voneinander erwartet, kann es halt auch keinen Streit geben. Und jeder sollte einfach an sich selbst arbeiten. Okay. Es gibt auch ein anderes Video, in dem wir lernen, dass Nader immer eingreift, wenn Luisa aus der Reihe tanzt. Was auch immer das bedeutet, ja. Ja. Und dass er am meisten ihre Leistungen als Ehefrau liebt und ihr tolles Aussehen. Ich mag es, dass du so gut kochen kannst und dass du so den Haushalt machst. Du bist voll liebisch. Aber auch interessant, was er an ihr so schätzt. Das sind sehr oberflächliche Eigenschaften. Und weil ich meine, ich habe das Video auch gesehen, weil sie hat an ihm persönliche Sachen. Dass er geduldig ist und so Sachen. Genau, genau. Er meinte auch so, ich mag auch, dass du dich so schämst immer. Und irgendjemand meinte so, ich glaube, er meinte vielleicht, dass sie vielleicht bodenständig ist oder so. Und alle waren nur so, I don't know. Dass sie sich schämt. Ganz komisch. Ich weiß, ich habe einfach ein falsches Wort genommen in dem Moment, aber es war super weird. Aber ich glaube auch, dieses geniert sein, nicht so viel zeigen wollen, irgendwas peinlich sein. Wir können uns auch mal, bevor wir dann kurz darüber sprechen, Luisas Instagram-Kanal anschauen, weil da sieht man halt, was sie trägt und wie sie sich schminkt und so. Genau. Also ich muss direkt sagen, bevor ich die ganzen Sachen gehört hatte, was man über die beiden sagt, habe ich mir das Instagram-Profil angeguckt und habe nichts Komisches entdecken können. Von den Outfits her sieht sie eigentlich genau aus wie alle anderen Frauen jetzt gerade. Ja. Mit der Bomberjacke, mit den Tracksuits, mit, na klar, alles hochgeschlossen, das schon. Sie trägt aber auch enge Kleider zwischendurch, wo man ihren Babybauch auch sieht. Genau, richtig. Sie hat schöne Frisuren, hat voller schöne Make-up. Mhm. Ja. Klar, sie ist immer mit ihm zusammen. Ja. Oh, warte mal. Es gibt kein Bild mit ihr alleine, ne? Ah doch, wenige allerdings. Die meisten sind entweder mit ihm zusammen oder mit den Kindern zusammen. Ja, also ich finde die Kritik jetzt eher mit den Klamotten, ja, er sagt ja auch, dass er sich jemanden wie sie ausgesucht hat, weil sie das eh auch schon mag. Genau. Das passt eh schon. Ich glaube, sie ist schon lange in ihn verliebt und hat sich das schon dahingehend vielleicht auch angepasst. Ja. Und wusste halt auch, wer tickt und so. Das ist am Ende des Tages ihre Sache. Wir dürfen, wenn wir sagen, dass jede Frau die Freiheit besitzt, das zu tragen, was sie will, hat sie auch die Freiheit, nichts zu tragen oder alles zu tragen. Und am Ende des Tages empfinde ich so eine Kritik auch so ein bisschen als Islamverhandlichkeit irgendwo. Ja, das war auch mein... Ich finde es auch nicht geil. Ich möchte nicht, dass mein Partner mir irgendwas vorschreibt. Ich würde mit jemandem wie ihm überhaupt nicht klarkommen, du auch nicht. Aber müssen wir ja auch nicht. Genau. Ja, wir müssen ja nicht mit so einem Mann zusammen sein. Und ich finde, die beiden wirken auch einfach aufrichtig happy. Ja. Also irgendwie, ich zweifle da nichts an. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie in Gefahr ist. Ich finde, sie hat... Ja, sie glowt einfach. Sie scheint wirklich so das Leben zu leben, was sie gerne leben möchte. Und sie sagt ja auch, dass sie es mag, wenn jemand sie ein bisschen bevormundet. Genau. Und das gibt es wirklich. Ja, das gibt es wirklich. Es ist schwer zu verdauen für Frauen, die halt so... Ja, es ist schwer für uns, das nachzuvollziehen. Für viele da draußen auch. Aber es ist ein Lebensmodell, was legitim sein sollte. Eben. Feminismus beinhaltet auch die Akzeptanz in einer Lebensform. Absolut. Genau. Wir können nur hoffen, dass sich vielleicht Dinge ändern für die Kleine, weil sie wächst ja dann in so einer Umgebung auf und hat halt nicht die Wahl, sich zu entscheiden. Weil sie hätte schon, aber sie wird ja stark beeinflusst. Aber es ist halt nicht unsere Sache. Ja, und vor allem ist es auch nie so an Religion gekoppelt, dass du als Mädchen beigebracht bekommst, dass du dir bitte das und das anziehen sollst, weil du Angst haben solltest. So bin ich groß geworden. Ich weiß nicht, ob du so groß geworden bist. Zum Glück nicht. Aber so viele auch meiner Freundinnen... Ich kenne es auf jeden Fall, klar. Genau, dass sie das deiner Eltern einfach immer gesagt haben. Und sie ist ja auch Polin. Und ich hatte... Sie sind auch religiös. Genau, in meiner Klasse damals hatten wir mehrere, die einfach gewisse Sachen halt tragen durften. Lange Röcke, alles hochgeschlossen. Wer weiß genau. Kinder bekommen. Vielleicht ist sie auch so groß geworden durch ihre eigene Familie. Und das passt dann auch. Ja. Absolut. Genau, daher kann ich die Kritik da nicht so ganz verstehen. Und ja, gut. Es gab auch eine Diskussion bezüglich Strandbildern, die gepostet wurde, wo sie keinen Badeanzug und Bikini trug. Und dann dachte ich mir halt auch... Ja... Wie gesagt, wir würden uns das anders wünschen für sie, aber es ist nochmal, wie sie leben möchte. Es gibt halt YouTuber, die das auch so ein bisschen... Also die generell die Beziehung von den beiden kritisieren, weil sie eine Vorbildfunktion haben. Dadurch, dass sie so eine große Aufmerksamkeit haben. Sascha hatte das zum Beispiel gesagt in ihrem Video. Aber dahingehend, was nur die beiden als Paar angeht, finde ich das unfair. Ja, und vor allem der Druck... Wie gesagt, sie leben ja nichts Toxisches vor. Nichts offensichtlich Toxisches. Wir haben hier niemanden, der irgendwie krass fremd geht oder der irgendwie gewalttätig ist. Du hast einen Mann und eine Frau, beide sind religiös, beide sind konservativ. Und beide leben ein Leben, das sie halt offensichtlich leben wollen. Ja, also da gibt es keine Gefahrenquelle. Und vor allem, die propagieren ja auch kein problematisches Weltbild. Das ist es nämlich. Die sagen ja nicht, wie es gibt andere, keine Ahnung, so Männer-Podcaster oder auch so Frauen, die sagen, männliche Energie und weibliche Energie. Männer sollten das tun, Frauen sollten das tun, Männer sollten aufpassen, dass ihre Frauen mit Bodycount und was sie anziehen, das tun die ja nicht. Ich habe noch einen Spruch. Frauen sind die Torhüter der Sexualität, Männer sind die Torhüter des Commitments. Also Männer sind diejenigen, die entscheiden, wann geheiratet wird und Frauen diejenigen, wann es Sex gibt. Natürlich. Nur so. Ja, genau. Und sowas machen die nicht. Die sagen halt, er hat ja wirklich da gesagt so, ich persönlich mag das, sie zieht sich auch gerne so an. Ja. Es passt. Und das sagt er auch oft, jeder soll das machen, was er sie möchte. Das betont er immer, wenn er dann Statements zu Kritik formuliert. Genau, genau. Deswegen, wir verteidigen ihn jetzt nicht in der Hinsicht, sondern sagen auch einfach, wenn ihr das nicht gucken wollt, dann guckt es halt nicht. Genau, genau das. Das bringt es halt nichts, das zu kritisieren. Ja. Was allerdings Kritik bedarf, und zwar ohne Ende, respektvolle Kritik, ist die aktuelle Kontroverse. Beziehungsweise die geht schon länger. Nada und Luisa haben ja, wie Maria schon erwähnt hat, vor kurzem ihr zweites Kind bekommen, der süße Nidal Jindawi. Woher weiß ich, dass er süß ist? Weil ich ihn direkt gesehen habe. Aus dem Kanal quasi, als er rauskam. Wirklich quasi. Live-Stream. Das wird es irgendwann mal geben. Oh Gott. Ich glaube, das gibt es sogar nicht. Live-Stream, aber Geburten-Videos gibt es. Naja. Wenige Stunden nach der Geburt postete das Paar den Kleinen auf Social Media. Und das machte viele Zuschauer wütend, zu Recht. Zwei Kommentare dazu. Glückwunsch zum gesunden Kind. Und Gott sei Dank sind Mutter und Kind wohl auf. Aber wie gestört ist es bitte, dass nur ein paar Stunden nach der Geburt der Kleine auf Insta und zu seinem ersten Schrein auf YouTube geteilt werden. Seine ersten Schrein geteilt werden. Kranke Welt, aber war leider nicht anders zu erwarten. Oder? Wenn man bedenkt, dass die Bilder wahrscheinlich jetzt schon auf irgendwelchen perfiden Seiten herumkursieren, erscheinen die einem doch nicht mehr so süß. Wie kann man seine Kinder nur so vermarkten? Und genau das ist halt kritisch. Das Internet ist kein sicherer Ort. Für niemanden. Weder für uns beide, die Videos posten auf YouTube, noch schon mal gar nicht für Kinder. Und das ist etwas, was Nada und Luisa nicht verstehen wollen. Also wirklich gar nicht. Ich werde euch gleich mal die Erklärung dazu liefern, was er sich da ausdenkt. Und es macht gar keinen Sinn, nicht nur, dass Bilder auf perfiden Webseiten erscheinen, sondern Dinge wie Identitätsklau, KI-generierte Deepfakes. All das kann man nicht kontrollieren, wenn man Bilder von seinen eigenen Kindern ins Netz stellt. Alpha Kevin zum Beispiel, ein anderer YouTuber, hat vor zwei Jahren schon über die Jindauis gesprochen. Und da ging es aber noch um die Tochter Imani und Nadas kleine Schwester Mila. Er untersuchte einen Acht-Minuten-Vlog und wollte schauen, wie viel Sendezeit die Kinder haben. Von den acht Minuten hatte Imani sechs Minuten Sendezeit. Das heißt, sie ist diejenige, sie ist der Star des Vlogs, der Videos. Sie muss die ganze Zeit arbeiten. Auch wenn sie es natürlich nicht als Arbeit empfindet. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man seine Kinder so ein bisschen, das ist gar kein Problem übrigens, wenn du Fotos oder Videos von deinen Kindern machen möchtest. Und du sagst dann lächeln und geh mal zum Papa oder geh mal zur Oma, was auch immer. Das ist eine Art so Regie führen quasi, was völlig in Ordnung ist. Mach das mal aber für einen Vlog, der ja länger als acht Minuten aufgenommen wird. Das ist krass. Die nehmen ja Stunden auf, wahrscheinlich Stunden auf, um halt einen acht Minuten Vlog zusammenzustellen. Das heißt, stundenlang wird Imani verfolgt mit der Kamera, wird ihr gesagt, was sie zu tun hat und was auch immer, aber auf einer sehr kindlichen Art und Weise. Und das ist halt Arbeit. Und wenn du bedenkst, dass die mit Videos wahrscheinlich so 2.000, 3.000, 4.000 Euro machen. Ja. Wir wissen ja mittlerweile, wie viel Geld man mit YouTube macht ungefähr. Und bei den Aufrufen locker 5.000 Euro. Locker, wenn nicht noch mehr. Kommt drauf an, wie viel Werbung die einsetzen. Das stimmt. Ich habe die YouTube-Prämie, deswegen weiß ich es ehrlich nicht. Ja, ja. Aber ich werde das mal untersuchen. Vielleicht finde ich es ja mal halt raus. So, was noch schlimmer ist, Alpha Kevin hatte halt auch untersucht, dass die Thumbnails, also die Vorschaubilder der Videos, strategisch ausgewählt werden. Und da zum Beispiel mehrere Vorschaubilder mit Imanis Ausweisdokumenten versehen wird. Das heißt, man weiß ganz genau, also immer wenn ein neues Bild erscheint, glaube ich, macht er ein neues Thumbnail dazu. Und dann sieht man das halt, das genaue Bild. Was soll das? Dann hast du auch noch Daten, also auch den genauen Namen und so. Und dann gibt es noch ein anderes Bild, wo man Imanis, also hier, das ist so ein Bändchen, um seinen Arm, genaue Geburtsuhrzeit, Datum, alles halt draufsteht. Und das sind alles Daten, die du locker nutzen kannst, um jemanden die Identität zu rauben. Hat jemand von euch Shameless geguckt? Der Frank würde das schamlos ausnutzen, um Kreditkarten zu kaufen. Frank Gallagher! Kreditkarten halt auch zu öffnen, ne, das hat er nämlich eh gemacht. Oh mein Gott, ja. Alle Kinder, der Credit Score, ruiniert von denen. Oh mein Gott, stimmt, das war so schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Ui. Ähm, genau. Er blendet, also Alpha Kevin blendete auch einen Clip von Nada ein, oder Nader ein, wo er seiner neugeborenen Tochter erklärt, dass hinter dieser Kamera, womit er sie gerade aufnimmt, die lagen so und dann haben sie so auf, Millionen von Menschen sind und die gucken, was du machst. Das ist eigentlich, das könnte aus einer Black Mirror Folge sein. Das ist eine Black Mirror Folge. Das ist wirklich, ja, oh mein Gott, ja. 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 Boah. Ähm, genau, und gerade auf TikTok hagelt es Kritik. Ja. Ähm, TikTokerin Minea postete folgenden TikTok. Nida Jindawi ist seit ein paar Tagen auf der Welt und schon gibt es mehrere Fotos und Videos von ihm im Netz zu sehen. Nader und Luisa verkaufen ihre Kinder im Internet, kassieren dafür Geld ein, dass sie ihren eigenen Kindern, dass sie ihre eigenen Kinder im Netz bloßstellen und ihre Privatsphäre missbrauchen. Was mit diesem Video passiert und wo sie landen, ist ihnen egal. Und das ist einfach nur unverantwortlich und ekelhaft. So wenig, um das Wohl der Kinder sich zu kümmern. Sana Di Sohle kritisiert, dass Luisa diejenige ist, die sich um Nader gekümmert hat, als sie sich von der Geburt erholt hat und auch weiterhin online posten. Es ging halt dabei um ein Clip, wo man Luisa dabei sehen kann, wie sie Essen zubereitet für Nader und Imani. So, dazu gab es dann halt ein Statement von Luisa. Das ist auch der Grund, warum ich das überhaupt jetzt reinbringe, weil es gibt halt wenig Reaktionen von denen, was die Kommentatoren angeht. Und sie sagt, sie hat sich nun mal fit gefühlt, alle haben mich unterstützt, ich hatte gar nichts zu tun und ich wollte halt einfach Essen machen. Voll fein. Okay, so. Das kann man halt, wie gesagt, nicht kritisieren. Natürlich sollte man immer die Augen aufhalten, das finde ich auch wichtig, dass man immer guckt, okay, wenn man schon sein ganzes Leben online steht, da kann man als Zuschauer ja mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Ähm, genau. So, na der Statement. Schon letztes Jahr hat er sich übrigens zu den Vorwürfen geäußert, dass beide ihre Kinder zu viel im Internet zeigen. Er vergleicht den Akt, seine eigenen Kinder zu zeigen, mit Kinderfilmen, an denen wir uns erfreut haben als Kinder, wo ebenfalls Kinder gezeigt werden. Das ist halt dann für ihn dann kein Problem, ist das Gleiche. Hier sind seiner Meinung nach die kranken Schweine das Problem, die man ja bekämpfen soll. Also diese Pädophilen, die sich das angucken und was auch immer machen. Und nicht Leute wie Nader sind diejenigen, die das Problem sind, die wollen ja letztendlich nur Liebe und Glück mit ihrem Content verbreiten. So, was ich ganz ehrlich einfach mal direkt sagen muss, der Unterschied zwischen einem YouTuber, der sein Kind permanent filmt und das online stellt und einer Filmproduktion ist einfach, es gibt bei einer Filmproduktion Regeln. Mittlerweile vor allem. Mittlerweile. Also ich sag jetzt nicht, dass auch immer alles mit hier von... Dan Schneider, gerade mit Nickelodeon. Ja, hier genau, richtig. Also es gibt immer wieder Gerüchte über irgendwelche Menschen, die sich an die Kinder vergehen, sie ausnutzen, was auch immer. Aber es gibt zumindest diese Gesetze, die Kinder halt schützen, die deren Gehälter schützen, die Urlaubsregelungen festlegen, wann sie zur Schule gehen, was auch immer. Alles kann geregelt werden. Das gibt es für YouTube nicht. Nope. YouTube ist noch der wilde Westen, was Familienvloggen angeht. Ja. Es gibt nur in den USA, in Illinois, meine ich, und vielleicht auch noch ein paar andere Bundesstaaten die Regelung, dass ein gewisser Anteil an den Verdiensten, die das Kind während der Zeit auf dem Internet verdient hat, dem Kind dann später, wenn es 18 ist, zugute kommt. Finde ich gut, ja. Wichtig. Das gibt es. Aber mehr gibt es großartig eigentlich auch nicht. Ja, und das ist halt krass, dass man wirklich einfach seine Kinder arbeiten lässt. Ja, und das auch... Und niemand schützt sie. Genau, und auch YouTube nix macht. Also wirklich... Kritik auch an YouTube. Auf jeden Fall. Man weiß aber, dass man mit Kindern super gut Content produzieren kann. Die Zuschauerzahlen sind crazy bei Kinder-Content. Auch hier, gut, das ist jetzt zwar nicht ein Content, wo Kinder zu sehen sind, aber um einfach zu zeigen, so wie gut das ankommt, der YouTube-Kanal Coco Melon zum Beispiel, wo Kinderlieder gezeigt werden, Trickfilme, was auch immer, die haben kranke Views. Auch Ryan's Toy Reviews, der Spielzeug reviewt, ne, also sich das anguckt. Die Zahlen sind krass. Bitte, zeig mal die Zahlen. Der hat aktuell 36,6 Millionen Follower, also Abonnenten. Ja. Zu den beliebtesten Videos von vor sieben Jahren, da war der, ich weiß nicht, der sieht ja aus wie drei Jahre alt oder so, zwei Milliarden Aufrufe, 1,1 Milliarden Aufrufe, 461 Milliarden. Milliarden, wenn man sich das mal vorstellt, also gut, das wird wahrscheinlich nicht ein wie ein Mensch sein, aber ein Drittel der Menschheit hat Ryan gesehen, wie er seine Spielzeuge da sich anguckt und erzählt, was er so davon hält. Das ist letztendlich das, was er macht. Klar hat Ryan irgendwie Spaß, aber man setzt Ryan trotzdem vor der Kamera und trotzdem muss er halt arbeiten. Er kann jetzt in Rente gehen. Ich muss ehrlich gesagt mal gucken, was mit dem jetzt gerade ist, weil der wird halt jetzt älter und der wird als Teenie dann nicht mehr interessant sein dafür. Aber mal gucken, vielleicht gibt's ja noch mehr Content. Es gibt Ryan World The Movie. Ach, es gibt Filme. Film, wow. Ja, die Kuh melken, das Kind melken, solange es geht, ne? Das klingt zwar makaber, aber ist so. Ja, es ist halt eine Form von Kinderarbeit, die einfach zu regulieren gilt. Es braucht immer Regulation. Du kannst das nicht, vor allem, wenn Kinder involviert sind. Und das Schlimme ist ja, da gibt's keine Form von Einverständnis. Es gibt kein Consent. Keine Zustimmung. Keine Zustimmung, ja. Die Kinder wissen nicht, was passiert. Nee. Und die Eltern verdienen sich eine goldene Nase daran. Ja. Auch wenn die Kinder selber davon finanziell auch profitieren, man lässt sie trotzdem arbeiten. Und das geht halt nicht. Und halt all das, was dann noch mit den Daten passiert, den Inhalten, die wir sehen. Ja. Das ist krass. So, vor ein paar Tagen dann das nächste Statement, das aktuellste. Nadel sagte, dass er und Luisa in den letzten Tagen sehr viel Hass abbekommen haben, dass sie das aber schon kennen würden. Er bittet aber die User darum, ihn mal ausnahmsweise mal in Ruhe zu lassen, damit er sich um die Tochter Imani kümmern kann, die gerade im Krankenhaus ist. Dann schalt dein Handy aus. Ganz genau. Du musst nichts posten. Du kannst auch mal eine Pause machen und dein Handy ausmachen. TikTok ist nicht überall. Ja, und dein Kind auch mal einfach gesund werden lassen. Genau richtig. Du musst nicht die Kamera draufhalten. Genau richtig. Das ist einfach nur manipulativ und einfach nur Blödsinn. Er sagt auch, dass die Kritiken sie und ihn und Luisa zerstören würden und beide verunsichern würden. Zerstören, chill, aber verunsichern auf jeden Fall. Zu Recht. Und er meinte so, dass den Leuten das Wohl der Kinder doch scheißegal sei und dass es nur darum ging, also im Prinzip habe ich so verstanden, ihr seid doch nur neidisch, dass wir so viel Geld verdienen und ihr glaubt uns ja nicht, dass wir das Geld auch anders verdienen und nicht nur durch die Kinder. Oder nicht über die Kinder. Dann hört doch auf. Ja, weil das, was er jetzt schreibt, hat eigentlich nichts mit dem Vloggen zu tun. Er sagt ja, dass er mit seiner Fußballkarriere viel Geld verdient, glaube ich auch. Ja. Und Luisa ja über ihren Beauty-Content und mit den Kooperationen ja genug verdient. Dann mach das doch. Dann lass es doch mit den Vlogs. Du kannst auch deine Videos machen und es ist nur für euch. Genau, richtig. Ja, soll doch kein Problem sein. Oder? Naja. Sie teilen ihr Leben seit Tag 1 und die Kinder führen ein ganz normales Leben. Das sagt er. Wir haben auch keine Social-Mieder-Profile. Schön. Noch nicht. Also die Kinder haben keine. Und genau, alles sei normal für sie. Und was die Pädos angeht, das Problem ist seiner Meinung nicht, die Kinder online zu zeigen, sondern wieder die kranken Schweine. Die soll man ja bestrafen. Tut man ja auch. Aber das Problem ist, wie findet man diese kranken Schweine? Die sind super schwer zu finden. Und es gab vor kurzem die News, dass ein riesen Netzwerk in den USA aufgedeckt wurde von Pädophilen, die auch andere Kinder und Jugendliche auch erpressen mit dem Content, den sie zugeschickt bekommen oder was auch immer. Und das ist wirklich eine große Errungenschaft gewesen, aber keine Routine. So und zum Schluss sagt er auch, dass er sich ja, oder dass wir alle uns ja auch nicht dazu entschieden haben, auf welche Kita wir besuchen, auf welche Schule wir gehen. Was hat das mit irgendwas zu tun? Genau, dass wir ja im Prinzip nicht autonom aufgewachsen sind. Was ja auch klar ist, denn wir brauchen als Kinder Strukturen und Regeln. Woher soll ich wissen, welche Schule für mich gut ist? Darauf vertraue ich doch auf meine Eltern. Und vor allem, was hat ein Kind in die Schule zu schicken, was damit zu tun, dass du deinem Kind so einer krassen Gefahr aussetzt? Genau richtig. Kinderarbeit versus ich durfte nicht entscheiden, auf welche Schule ich gehe. Wobei ich mich sehr wohl dafür entscheiden konnte. Ich hätte mal sagen können, ich will da nicht hingehen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern mich drauf gehört hätten oder eine andere Wahl gehabt hätten. Die Kritik hinkt halt bis zum Gehtnichtmehr. Das eine ist, die elterlichen Pflichten wahrnehmen. Genau. Und das andere ist, die Kinder in Gefahr zu bringen mit Absicht. Genau, genau, genau. Gut formuliert. Danke. So, dann kommen wir zur Kritik von anderen Influencern. Da haben wir Laser Luca. Deswegen sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Er hatte 2023, letztes Jahr, während eines Livestreams bereits Kritik geäußert. Er meinte, er würde niemals seine Kinder online zeigen. Das geht gar nicht, was die machen. Wirklich grauenvoll. Und er weiß ja, wovon er spricht. Der ist jahrelang online. Der ist super erfolgreich mit dem Podcast mit Sandra. Ja. Ja. Naja, er hat es auf jeden Fall nochmal wiederholt. Und zwar als Instagram-Kommentar oder Caption. Ja, wahrscheinlich Kommentar. Er schreibt, mir geht der ganze TikTok-Beef-Kindergarten echt am Arsch vorbei. Aber Kinder im Netz zu zeigen und dann auch noch Geburten-ETC zu promoten, ist absolut daneben. Und dann auch noch die zu 200% völlig berechtigte Kritik als Hass abzustempeln. Ich kann das alles nicht mehr. Hoffe wirklich, dass das mit dem Krankenhausaufenthalt alles gut geht. Da war Imani im Krankenhaus. Wünsche niemandem was Schlechtes. Aber wenn bald ein Imanimus ins Krankenhaus wieder in meinen Trends landet, falle ich wirklich vom Glauben ab. Wow. Ja, ganz genau. Das sind alles Menschen, die im Internet sind, die wissen ganz genau, was abgeht. Und die hören auf niemanden. Nee, das ist das Erschreckende, dass Leute wirklich mit berechtigter Kritik kommen. Es gibt Zahlen dazu, es gibt Dokumentationen. Darüber wird berichtet. Das ist ja kein Hirngespenst oder so, keine Paranoia, die wir alle haben, sondern die Gefahren, die gibt es. Diese Leute wissen um diese Gefahr und sie entscheiden sich dennoch dagegen. Also, wenn ich mir überlege, ich habe ein Kind, meine größte Gefahr sind Pädophile. Ja. Dass sowas meinem Kind passiert, in irgendeiner Form, sei es auch, dass Bilder von meinem Kind irgendwie da kursieren. Und es ist dann so, ja, die Krankenschweine gibt es, aber I don't care. Ja, das Video, genau, was ich auch voll oft sehe in den Kommentaren, da gibt es so lustige Videos, was auch immer, von Kindern. Und das sieht so ein bisschen, das könnte man, sagen wir mal, so interpretieren oder auch so interpretieren. Man könnte es sexuell interpretieren, dass man sagt, okay, wie kann man die Kinder so darstellen oder man kann es halt einfach witzig finden. Also, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Und in den Kommentaren steht dann, ja, die Leute, die das jetzt als sexuell empfinden, dieses Video oder da jetzt was sehen, das sind die Leute, die Probleme haben oder das Problem sind. Wo ich mir denke, ja, aber es geht ja nicht darum, dass wir uns dafür schämen, dass uns das so im Kopf fällt. Also, manchmal fällt einem auf, so Content sieht irgendwie ein bisschen anröchig aus, so voll komisch irgendwie. Aber das sind doch die Alarmsignale, darauf sollte man noch hören. Und das zeigt doch einfach, man kann dem Internet nicht vertrauen. Tut euch selber den Gefallen und postet eure Kinder nicht. Das ist so leicht. Ja, aber es ist leicht. Es ist wirklich super leicht. Also, auf der einen Seite verstehe ich auch, wie gesagt, ich würde meinen Neffen so gerne zeigen, allen, weil der so süß ist. Und am liebsten alle Kinder von allen meinen Freundinnen zeigen. Aber es ist nicht, nee, was bringt mir das jetzt? So, Alicia Jo hatte auch ein richtig gutes Video gemacht vor einem halben Jahr zum Thema Familienbloggern und kritisiert die Eltern heftigst dafür, dass sie ihre Kinder online zeigen, zu Recht. Und da hatte sie zum Beispiel so ein paar Anekdoten, das fand ich richtig krass. Da gab es einen Fall, wo eine Influencerin darüber gesprochen hat, aber lustig darüber gesprochen hat, dass jemand sie erkannt hat anhand ihrer Kinder. Das heißt, sie haben erst die Kinder gesehen und dann gewusst, dass das ihre Kinder sind. Alter, verweilter. Richtig crazy und hat das auch total witzig erzählt. Dann hatte sie das Beispiel mit dem Content Creator Gio Rainbolt. Gio Rainbolt. Gio Rainbolt. Okay. Dann hat sie das Beispiel angebracht, weil er zum Beispiel super gut anhand von einem Foto erkennen kann, wo das geschossen ist. Das heißt, selbst wenn du nicht sagst, wo du wohnst, was auch immer, man weiß immer, wo die Kinder zu welchem Spielplatz sie gehen, brauchst du ja dann immer die Kamera draufhalten, was auch immer. Und das ist kein Problem. Vor allem bei der Menge an Videos, die die hochladen, kann ich sogar bestimmt erkennen, wo die sind. Genau. Und dann gibt es, sie führt auch viele Sachen an, über die wir schon gesprochen haben. Ich hatte das wieder aber erst danach gesehen. Und sie hatte halt auch über eine Telekom-Werbung gesprochen, die ich dann auch bis Zufall gesehen hatte. Das Video heißt Nachricht von Ella. Und das sollten sich wirklich alle Menschen anschauen, wer sich das noch nicht angeschaut hat. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Zu Beginn werden im Video ein paar Fakten eingeblendet, dass 75 Prozent aller befragten Eltern Bilder ihrer Kinder teilen. Denn, dass ihre Kinder, acht von zehn Eltern haben Follower, also ihre eigenen Follower oder Profile ihrer Kinder, die sie selber nicht kennen. Das heißt, völlig fremde Leute sehen diese Bilder. Dann werden die Eltern von Ella vorgestellt, die ins Kino gehen und sich einen Film anschauen. Und gezeigt wird dann aber ein Video von ihrer Tochter Ella, die allerdings als erwachsene Frau mittels KI dargestellt wird. Und auch mit den Eltern spricht und sagt, im Prinzip hört auf, meine Bilder zu teilen, das passiert nämlich mit den Bildern. Thema Identitätsklau, habe ich schon gesagt. Wenn du die Uhrzeit weißt, alle intimen Details weißt, was auch immer, kannst du locker die Identität von jemandem klauen. Gar kein Problem. Oder Stimmaufnahmen kann man nämlich manipulieren und die dann irgendwie, keine Ahnung, Hilfeschrei daraus machen. Man kann auch jetzt, hier, was ist das, mit KI, Angela Merkel singt von Adele irgendwas. Genau richtig, genau richtig. So Sachen kann man ja schon machen. Und das sieht dann richtig gut aus, so Deepfake-Videos. Aber in dem Fall meine ich wirklich reine Stimmaufnahmen, die man so fälschen kann. Oder so. Dass man irgendjemanden, keine Ahnung, dann kriegt die Oma eine Sprachnachricht zugeschickt. Mama, ich brauche Geld. Hilf mir, was auch immer. Und dann schickt die das Geld. Ja, toll. Also richtig schlimmer. Und natürlich, worst case waren KI-modifizierte Bilder von Ella ohne Kleidung. Richtig, richtig schlimm. Oh, das hat mich so geschockiert. Dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und geschaut, was die Experten sagen. Zum Thema Familieninhalte im Netz. So, Adele spricht ja auch von diesen Schweinen im Netz. Aber es weiß ja letztendlich keiner, was mit den Bildern wirklich passiert und Videos im Netz. Eine umfassende Recherche von STRG-F und Panorama aus dem Jahr 2021 gibt darüber allerdings Aufschluss. Auf der größten illegalen Fotoplattform für Pädophilie stammt jedes vierte Bild von Facebook oder Instagram. Jedes vierte Bild? Jedes vierte Bild. What the fuck? Und warnt die Polizei im Prinzip eigentlich vom Teilen jeglicher Bilder auf allen Plattformen, auch in geschlossenen Gruppen. Weil man da ja auch nicht weiß, wer da irgendwie drin ist. Man kennt ja auch nicht jeden. Und was besonders schlimm ist, darüber haben wir ja schon jetzt öfter gesprochen, sind halt, wenn Kinderbilder, die total harmlos sind. Man muss ja kein komplett angezogenes Kind hochladen. Man kann es immer digital bearbeiten, um es dann zu sexualisieren. So. Und nochmal der Hinweis in diesem Artikel. Jedes Kind hat ein Recht auf Privatsphäre. Allerdings muss man das Kind erst um Erlaubnis bitten, Bilder zu teilen, was auch immer. Ab dem vierzehnten Lebensjahr, weil da ist es dann halt mündig, strafmündig zumindest. Und ich finde aber, dass man als Eltern auf das Wohl des Kindes achten sollte und es einfach lassen sollte. Dann sofort, wenn ich an Family-Vlogger denke, denke ich sofort an die Ace-Family. Voll schlimm. Die sind so wie die Hendersons, richtig eine Vlogger-Familie. Aber diese Ace-Family finde ich aber nochmal richtig schlimm. Austin und Catherine McBroom posten seit sieben Jahren Familien-Content, wirklich pünktlich. Zur Geburt oder kurz nach der Geburt des ersten Kindes starteten sie dann auch ihre YouTube-Karriere. Zumindest ist das das älteste Video, was ich da finden konnte. Das Paar ist super kontrovers. Vor allem der Familie Vater Austin. Die sind auch nicht mehr zusammen. Katastrophe bis zum Gehtnichtmehr. Falls ihr einen Deep-Dive dazu haben wollt, vielleicht können wir amerikanische Family-Vlogger uns anschauen oder so. Vielleicht auch mal vergleichen. Oder ihr wollt über eine bestimmte Vlogger-Familie was wissen, auch eine deutsche. Machen wir gerne einen Deep-Dive dazu. Schreibt es in den Kommentaren. Die haben einen Familien-Channel, der 18 Millionen Abonnenten hat. Was krass. Genau. Und was ich aber spannend fand war, sein Plan, also Austin McBrooms Plan, wie er mit diesem Familien-Channel weiter vorführt. Und das ist so ein bisschen die moderne Version von Familienunternehmen weitergeben. Er sagt, dass sein Traum es wäre, wenn die eigenen Kinder, drei Kinder, den YouTube-Channel weiterführen würden. Ja. Also einfach so in die Fußstapfen treten. Gib Kindern einfach eine Kamera in die Hand und die sollen mal machen und sagen. Kinder und Teenies. Kann gut gehen. Läuft super. Kann super. Du meintest ja auch, man könnte ja locker canceln. Also was auch immer du sagst. Du bist so viel scheißer als Kinder und Jugendlicher, weil du einfach dumm bist. Ist doch okay. Wir waren alle dumm. Genau das. Und dann, oh, warum, warum denken erwachsene Menschen nicht mal mit? Warum denken die nicht fünf Schritte weiter? Ja, ja. Boah, da könnte ich mich jetzt aufregen. Ja, ich hab mich auch aufgeregt bei der Recherche. Und das geht ja auch schon los. Also es gab Videos, A Day in a Life with Elle, also einen Tag im Leben von meiner Tochter Elle, wo sie so ein bisschen so durch den Alltag führt und so. Also da geht es halt dann schon los mit dem eigenen Content oder Our Kids Go Grocery Shopping for Us. Das ist ja auch klein. Unsere Kinder gehen halt shoppen für uns, also essen shoppen. Und, ähm, genau, Maria guckt sich gerade das Video an. Die ist richtig klein. Die ist, weiß ich, keine Ahnung, sieben? Ja, genau, die räumt ihr Zimmer auf. Ja. Ich glaub, die hat die selber die... Sie geht mit ihrem Hund Gassi und erzählt was in die Kamera. Ach, die guckt... Ach, du... Und das Video hat 665.000 Kommentare sind deaktiviert. Ja. Das ist verrückt. Ah, was steht da nochmal? Er stellt. Ah, okay, da gibt's noch einen Verweis auf YouTube Kids. Und da frage ich mich, weil das ist immer so ein bisschen schwer mit der Monetarisierung von, äh, Inhalten, wo nur Kinder zu sehen sind. Ah, okay. Das ist... Naja, egal. Auf jeden Fall fängt, geht's halt jetzt schon los, ne? Sie haben jetzt seit einer Weile keine Videos hochgeladen, weil es gab halt, wie gesagt, super krasse Kontroversen. Die Eltern haben sich getrennt, die posten jetzt irgendwie auf Snapchat oder so. Aber einfach, um zu zeigen, so, das ist halt auch eine Form von Zukunft, die diese Family Channels halt haben können. Ach, du Scheiße. Entweder das oder die Kinder sind so traumatisiert, dass sie in Therapie gehen und dann ihre Eltern fertig machen später mit eigenen YouTube Channels. Gibt's nämlich auch. Das wollte ich mich... Ah, das muss ich mir nochmal angucken. Wenn wir Deep Dive zu Family Channels machen, weil da gab's ja diese eine Familie, wo die eine Frau jetzt im Gefängnis ist für 60 Jahre. Was? Hast du das nicht mehr bekommen? Ich weiß es nicht. Es passiert immer so viel mit diesen Familien. Okay, jedenfalls, genau, ich werde es Maria gleich erklären. Ich blende es kurz ein, welche Familie ich hier meine. Hier, Eight Passengers Familie war das, wo, glaube ich, schon die Cousine eines der Kinder schon Videos dazu gemacht hat. Also, mal gucken, was für ein Content jetzt noch kommt. Genau. Es ist so gruselig. Es braucht wirklich, wir brauchen Gesetze, die Kinder seit Geburt vor so einem Scheiß schützen. Vor Eltern schützen. Nur weil du erwachsen bist, heißt das nicht, dass du weißt, was zu tun ist. Nope. Was richtig ist. Offensichtlich nicht. Das sind erwachsene Leute, die bereit sind, die Kinder, die lieben ihres Lebens. Wir schützen unsere Kinder. Unsere Kinder müssen vor keine Ahnung wem und was geschützt werden, aber dann werden die vor die Kamera geführt. Ja, boah, es gab mal eine, es war eine bekannte Umecken, die hatte einen Instagram-Account, wo die halt auch über die, ihre Kinder halt spricht und so. Aber ich meine, die hatte die Gesichter nicht gezeigt. Trotzdem hat sie aber über die Probleme, die sie mit ihren Kindern hat und mit ihrem Mann hat und so, hat alles reingeschrieben. Da dachte ich mir auch so, wow. Sie hat jetzt damit aufgehört, aber trotzdem. Und da solche Mami-Vlogs, Mami-Instagram-Accounts, vielleicht machen es auch Daddys, keine Ahnung, gibt es halt ohne Ende. Oversharing. Das drauf, wirklich Oversharing. Ja. Was haltet ihr davon von Family Channels? Schaut ihr selber Family Channels? Keine Kritik so. Ja, okay. Aber ihr dürft es gerne teilen mit uns. Wir können einfach mal normal drüber sprechen. Ich mag halt auch manchmal, ich gucke mir ja Zoe und Alfie Days zum Beispiel an, hier so Ella und so. Die machen es halt nicht explizit, Family-Content, aber zeigen halt auch ihre Kinder. Ja, schaue ich mir hier und da auch gerne an. Deswegen, ich verstehe es, aber genau, wem folgt ihr so? Oder vielleicht waren wir da im Moment, wo ihr den Leuten vielleicht nicht mehr gefolgt seid? Oder was auch immer. Fans von Jindauis, was sagt ihr dazu? Ja. Lasst uns gerne normal drüber sprechen. Keiner muss angegriffen werden. Wir greifen auch keinen an. Genau. Und für mehr Pop-Kultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okchowpodcast. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Okay, ciao.